Wir müssen wirklich systematisch jetzt vorgehen. Ähm... Bestimmt ist die Lösung total einfach. Ach, das verwirrt mich ein bisschen. Okay. Feuerzeug? Seife? Was machst du mit all diesen... Taschendampe? Und dann probieren wir es. Ich probiere es jetzt mal mit der Reihenfolge. Das könnte vielleicht auch ganz sinnvoll sein. Lass mal die ganzen Sachen außen liegen. Ähm... Um wieder dieses Szenario zu bekommen. Wenn sie dabei ist. Genau. Taschendampe, Feuerzeug. Können wir irgendwie die Flasche zerbrechen? Irgendwo. Ich meine nicht. Auf ihrem Kopf. Auf meinem Kopf. So. Ne, das geht nicht. Hm. Wie wäre es, wenn ihr einfach aus der Schussbahn geht? Dann findet Walschradienz euch auch nicht. Wenn einfach einer stellt sich hier hin, ja? Und der andere stellt sich hier hin. Und dann irgendwann muss doch der Typ reinkommen. Oder nicht? Boah, das ist... Oh Gott. Wenn ich nur an dieses Szenario denke, dass... Man steht da so und dann... Ist derjenige ja auch im Vorteil. Ich meine, man kann ja auch nicht ewig da stehen. Dann kommt er eben, wenn man eingeschlafen ist. Ach, Horror. Boah. Hm. Vielleicht sind wir auch für immer gefangen. In diesem ewigen Loop. Wenigstens die Musik cool. Von daher ist das auch gar nicht so... Oder... Ach, weißt du was, Marc? Setz dich doch einfach hin zu ihr. Und chill. Es ist sowieso... Wird alles wiederholt sich. Ihr könnt auch philosophieren und über Gott und die Welt reden. Und ein bisschen mehr vielleicht über Jens. Ähm... Ja. Denn das alles ist gerade... Scheint nichts zu bringen. Okay, da ist er. Okay. Und Taschenlampe. Geht nicht. Okay, wow. Das wäre eigentlich eine richtig coole Idee gewesen. Wir können nicht... Beides nehmen. Da gab es doch ein Seil. Aber das bringt ja auch nichts. Das ist ja auch schon ein Seil. Ja, warum tust du denn nicht einfach... Äh... Ich meine, hier holt er sich schon tausend Brandblasen, aber die Dinger gehen nicht auf. Okay, ich frage mich, was denn das für ein Material ist. Hier, äh... Einfach betrinken. Dass es nicht so schlimm ist, die Situation. Okay. Wir sagen wirklich... Wir werden niemals aus diesem Spiel... ...herauskommen. Niemals. Okay. Wisst ihr was? Ich schmeiß mich jetzt ins Wasser. Oh je, das würde ich nicht sagen. Okay, äh... Können wir irgendwas... Können wir irgendwie den See anzünden? Wir können nichts machen. Wir können echt nichts machen. Okay, da hinten... Was ist das? Ähm... Wieso soll es ihn... Will er sich da oben verstecken? Und, äh... Warten... Auf ihn? Aber wir haben ja... Vielleicht, wenn wir irgendwie die Flasche nehmen und uns da verstecken, aber... Ich glaube, wir können da nicht hoch. Wir können nichts machen. Wieso sollte der Baum ihn... Okay, nein, das... Ist das euer Ernst-Spiel? Ist das euer Ernst? Oh mein Gott, nein. Das kann nicht euer Ernst sein. Okay, ähm... Ich suche hier schon seit einer Million Loops irgendwelchen Sachen durch die Gegend, aber das ist, wie ich mir schon gedacht habe, einfach alles sinnlos, denn... Äh, wir müssen ihm zuvorkommen. Wir müssen Waldschradienz zuvorkommen. Und ich glaube, ihr wisst auch, äh, was wir machen müssen. Dazu brauchen wir nur einen einzigen Gegenstand. Und das ist dieser. Ähm... Oh mein Gott, müssen wir das jetzt wirklich machen? Oh, ich hab schon mal ein Spiel gespielt. Das ist... Irgendwie holt mich das immer wieder ein. Ich hab schon mal ein Spiel gespielt, bei dem ich das machen muss. Und ich fand das so furchtbar. Also, ähm... Einfach jetzt vielleicht wegschauen. Ich weiß nicht, wie die das zeigen, aber es ist... Furchtbar. Nur eben, wir sind in dieser Zeitschleife gefangen und... Es scheint, als wäre das dieser Ausweg hier raus. Nein, das kann ich auch nicht sagen. Ich will darüber eigentlich gar nichts kommentieren. Es ist... Ich kann vielleicht dazu gar nichts sagen. Ich will nur, dass ihr wisst, dass... Dass es, äh, schrecklich ist und... Oh Gott, dieses, äh, Let's Play ist auf einmal in eine ganz andere Richtung gegangen. Okay, vergesst einfach, äh, löscht die Sätze, die ich gerade eben gesagt hab. Denn... Ich bin selber überfordert mit solchen Themen. Und, äh... Wir machen jetzt mal weiter. There's no other way. These loops have to stop. I can't stand it anymore. Or, at least this time the killer won't win. This time I'm in control. This ends... Okay. Oh. Oh. Was ist das so ernst? Oh, was the... Nein. Hey there, Sleepyhead. You dozed off for a second. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, entschuldigen, aber ich muss jetzt rausgehen. All right. Nein. I'm back here again. Nein. This time I'll be prepared. This time... Nein. He won't get me. Das ist ein einziger Albtraum. Dieses Spiel ist ein Albtraum. A big old tree. Das ist... Ist... Was sollen wir denn sonst noch machen? Sollen wir uns auf verschiedene Arten umbringen oder... Awake heißt das Spiel. Okay, ja, das... Ich habe das Gefühl, dass wir das die ganze Zeit irgendwie nicht sind. Es ist schon mal gut, dass das nicht der Ausweg ist. Hier ist auch ein Baumstumpf. Ich muss ganz kurz nachdenken. Vielleicht können wir dem... Vielleicht können wir dem, äh... Kinder in der Falle stellen. Ich weiß sogar, wie. Irgendwie vielleicht mit der Angel? An diesem Baum? Das geht nicht. Ich bin gerade wirklich am verzweifeln. Ich bin wirklich am verzweifeln. Okay, gibt's hier noch irgendwas, was ich nicht angeklickt habe? Irgendwie Lampe, Lampenschirm, Blume, Blumenerde, Tisch, Tischbein. Man kann das echt so schlecht sehen. Okay, das ist die Seife. Nein, die wollen wir nicht. Vielleicht irgendwie hier unten. Gibt's hier unten irgendwas? In dem Bild, was versteckt ist. Sofa. Das habe ich alles schon... Nee, oder? Ist das... Spiel, ich hasse dich. Oh nein, ich muss gerade wirklich selber über mich lachen. Oh Gott. Ich möchte bitte meinen Kopf nehmen und fünfmal gegen die Wand hauen. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst, dass da ein Messer liegt? Boah, ich hasse dieses Spiel. Und ich hasse... Ich hasse mich gerade selbst. Oh Gott, es tut so weh. Okay, dann... Ich weiß nicht, ob dieser Loop jetzt noch reicht, die anderen Dinge zu holen, wie zum Beispiel die Taschenlampe, aber ich probiere es auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch, dass man damit ja einfach... Und jetzt noch das hier schnell. Okay, dann ist sie ja auch dabei. Okay. Wahrscheinlich wäre trotzdem das Feuer besser gewesen, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt? Äh, hallo? Okay. Ja. Ja, 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 wir haben es dabei. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Schnell, schnell raus. Oh mein Gott.